Ich habe ein Schreiben bekommen, ich sei in einer Branche, die nicht mehr zukunftsfähig sei, Textilproduktion. Und ich soll doch Insolvenz machen. Und sie würden mich beraten und ich würde dann anschließend reicher aus der Insolvenz aussteigen, als ich vorher sei. Da habe ich gesagt, das kann es doch nicht sein. Das ist rechtens, dass eine Anwaltskanzlei mich auffordern kann, Insolvenz zu machen. Und die Insolvenz wird dann so gesteuert, dass ich anschließend reicher sei als vorher.